So, willkommen mal wieder zu Valorant. Ist das schon ne Zeit her? Ist überhaupt ne Zeit her, dass ich ein regelmäßiger Videos gemacht habe, ich versuche es jetzt wieder. Ja, schauen wir mal, das Team ist jetzt, schaut ganz nett aus, das heißt, wir sind, ja, das habe ich erwartet. Wir sind im Team alle Bronze 3 bis auf Sky, die Zeit ist Gold 1, Gegner sind Bronze 1, 2, Silber 2 und 3. Nice. 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 Kann passieren, meine erste Runde. Ich kann nichts machen. So. Ja, okay. Ihr müsst nirgendwas anderes machen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Okay, die Tür, die Tür. Nowhere to run. Guys, ihr müsst zu cover B. Wow. Das verdammt. B. und dann 아니� mischen lauerne Schack. Warum sterbe ich die ganze Zeit, während meine Teammates of Sight sind? Was ist das? Danke Danke 3-9 Curse Wenn man 3-9 beim Switch steht, dann gewinnt man danach In the business, we call this foreshadowing Defenders win One minute Spike down, see He's coming from behind I have the spike One, he's coming from behind Power spawn Yeah, let him come You are beautiful What a f*** team That f*** Team Echt nicht, das wäre kein GG Tschüss.